Hallo Leute, wir sind immer noch an diesem komischen Ort hier und hören die Fee, die auch gleich von uns auf Film gebannt wird. Ach, oder auch nicht. Mann, wo ist du denn? Da ist sie doch. Knips! Ja! Eine der letzten Feen haben wir erwischt. Dann wieder schön liebkost von der Minirock-tragenden, big-busigen Ultra-Elfe. Ups! Moment, ah, okay, wir sind gar nicht weit weg. So, oh, wir haben schon... Ey, oh, Tiny hätte bald alle ihre Bananen. Halt, 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 bleibst du stehen, bleibst du stehen! So. So, was ist denn das jetzt hier, bitteschön? Was ist das? Hä, was soll denn das sein? Einfach bloß so ein Götzenbild, oder was? Naja, okay. So, ich habe jetzt... Ich glaube, ich ahne Schlimmes. Mein Erinnerungsvermögen kommt wieder. Und ich glaube, in diesem Schuppen hier ist was ganz, ganz Schlimmes. Ich glaube, ich muss hier ein Renn fahren. Wisst ihr noch, wie bei Fabrik Fatal, da muss ich da auch mal ein Renn machen? Gegen so ein blödes Auto. Und ich glaube, das ist hier wieder. Na ja, gucken wir uns jetzt einfach an und hoffentlich ist es einfach. Oh, yeah! So, und Rainer. Oh, verdammt. Oh nein, wir sind's, wir sind's... Hä, wir sind in der Weltfabrik Fatal? Hallo Tiny, da bin ich wieder. Ich habe hier eine goldene Banane. Wenn du mich in zwei Rundenrennen schlägst und dabei noch zehn Münzen sammelst... Warte, nur zehn? ...gehört sie dir. Drücke Z, um zu besteuern. Alles klar! Warte, nur zehn? Oh, 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 wo, oh, oh, oh. Okay, es geht, die Steuerung ist okay. Ich fahre wie eine besenkte Sau in dem Auto hinterher. Dap, dap! Schlaf, schlaf. Oh, verdammter Mist! Was war denn das? Fies, Mann! Ähm, wieso war da gerade über beiden Fahnen ein Feil? Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Ich habe so eine Angst, Mann, dass ich hier voll verliere. Verdammt, Mann! Geht doch nicht! Oh! Das war eine scharfe Kurve. Hey, ich hab's! Ich hab die Idee. Um zu gewinnen, werde ich einfach ein oder zwei so eine Dinge auslassen. Moment mal. Passt auf, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wuhu! So, obwohl. Hey, vielleicht brauche ich das gar nicht. Yeah, 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 ich bin so mega cool. Marcel, du hast nicht zehn Münzen. Oh, verdammt, da Mist. Es wird da wieder knapp, Mann. Es wird richtig knapp. Komm, schon zwei Münzen noch. Wir fahren gerade in die letzte Dings rein. Und da ist es eine Münze. Verdammt, nein. Sag es nicht. Ey, sag nicht, mir fehlt eine Münze. Nein, ja! Ja! Ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu, nicht wahr? Tja, rück raus, die Banane. Gummisch hättest du dir ein Spielzeugauto. Mist, das ist nicht fair. Du hast mich besiegt und dabei auch noch genug Münzen gesammelt. Du nimmst mir meine letzte große Leidenschaft. Ja, los, komm. Gilt die Abfahrtprämie noch? Ne, ich glaube nicht. Sonst hätte ich dich da hingebracht. Ey, hier fehlt bloß noch eine Banane und die Blaupause. Übel. Und der hat auch schon so viele Bananen. Die Welt ist doch irgendwie cool und ist schnell abzuarbeiten. Ich hoffe, da hinten mit dem Raum, da mit dem komischen Figurenstatus, da ist nichts mehr. So, jetzt bin ich hier auffällig, dann können wir weiter looken. Ich suche immer noch Funky. Wo ist der? Wo ist Funky, der Affenanus? Wo kommen die Kongs her? Genau, aus Arschaffenburg. So. Wir sind wieder draußen. Wo kann ich denn jetzt lang gehen? Äh, nochmal kurz Didi kommen. Ah, hm. Ich gucke einfach nochmal kurz hier. Hier war ein Ballon für Didi irgendwo. Ja, so. Hier ist die Library. Ich glaube, da geht es mit Donkey Kong rein. Äh, da ist eine Bananenstarde für Didi. Stimmt, Didi kann ja hier ruhig die Gegend fliegen. Könnte ich eigentlich mal ruhig machen. Mich so ein bisschen umgucken, wo hier was ist. So, hier war der Ballon, glaube ich. Oder? War hier ein Ballon? Nö. Lag ich wieder mal so falsch? Gibt es doch gar nicht. Wo war der Ballon? Ballon für Didi. Gut, da nicht. Hm. Hm, hm, hm. Wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Hopp. Mann, oh. Ich wollte eigentlich meinen Schwanz-Teckel machen, aber... Gut, dann nicht. Oh, Fettsaxan hier. So. Warum sag ich eigentlich mal fett? Die sind doch gar nicht fett. Sind vor die muskelbepackten Typen. Und ich hab den Ballon gesehen. So, krieg ich den von hier? Ja, wie fliegt der denn, Alter? So, Bingo. Ist doch ganz leicht. So, wo... Was ist denn hier so schön nicht noch? Ein Friedhof. Gruselig. Hier unten ist noch eine... Oh, oh, er wird bei einem den Tod gesprungen. Habt ihr das gesehen? Das könnte doch nur schief gehen. So, wo sind wir jetzt? Der Pfad wird immer dünner. Tiny's Blaupause. Ich fasse es ja nicht. Komm, Schatz, muss hier bloß noch irgendwo ein Tauschfass sein. Tiny's Blaupause. Fehlt uns ja bloß noch Diddy's Blaupause. Dann haben wir schon wieder alle Blaupausen. Blaupause, ich fasse es nicht. Wir wollen uns lausen. Ne, wo war jetzt die Bananenstaude? Wo war die? Ah, da. Okay, 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 okay. Auf der anderen Seite auch noch. Äh, dum, 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 dum. Ne, wir waren gut so weit. Ups! Okay. Wir sind gleich hier ein neues Fass. Hmm. Ich kann einfach ganz hoch aufs Dach fliegen. Juhu. Jopp, hier ist doch was. Hier sind doch Bananen. So. Und dann ein schönes Bonusfass für unseren Freund Diddy Kong. Ich bin gespannt, was es diesmal in sich hat. Oh nein. Fliehende Fliegen, die sind jetzt bestimmt übelst schnell und ich muss bestimmt voll viele, ganz wenig Zeit und... Oh nein. So, okay. Eins. Oh, verdammt. Verdammt. Verdammt, komm her. Komm her. Zwei. Ein. Oh, verdammt. Gut. Und keine Musik mal wieder. Irgendwie ist das immer bei dem Spiel hier so, oder? Kann das sein? Okay, dann mache ich halt Musik. Okay, lieber nicht. Singen ist ja okay, aber Melodien noch gleich nachmachen, das ist ja jetzt nicht so, der Bringer. Verdammt, verdammt. Noch zwei. Noch zwei, ey. Das sollten wir aber schaffen. Ey, der war doch voll getroffen. Ja, lach nie so blöd. Ey. Lachst du mich? Eine Fliege lacht mich aus. Oh nein. Oh nein, nur noch zehn Sekunden für... Nein. Nein. Ey, sag nicht, ihr verkackert sie an. Och. Gut. Auf jeden Fall hat er die getroffen, ja. Und die letzte, ganz billig. So. Geil, Mann. Doch, ich finde das sehr herrlich. Oh, hey. Hat der auch schon zwei Bananas und 180 Bananen, äh, wir haben bald alle. So. Hui. Okay, Freunde. Ich zeige euch dann am besten mal, wie hier die Blaupause aussieht und gebe dann schon mal wieder alle ab. Stimmst du, Donkey Kong? Und dann müssen wir uns echt auf den Weg machen und Funky suchen, weil das geht gar nicht. Der war auch, glaube ich, irgendwo unterirdisch. So. Gut, Snyder. Noch kurz angucken, wie du uns eine Blaupause gibst. Na, komm, Bill. Saubere Arbeit, Kong. Ah. Nur ein Quatsch. Das Geräusch. Schaboing. Jetzt komm ich jetzt hier. Gib uns die Banana. Yeah. Donkey Kong. Yeah. Okay, okay. Lohnt es sich doch noch nicht, alle Blaupausen abzugeben, weil uns noch die von Tiny fehlt. Und die holen wir uns jetzt mal. Von Tiny. Ich hoffe, das schaffe ich noch, weil ich ja ungefähr weiß, wo die jetzt ist. Oh, hallo. So, Tiny. Tiny ist ganz Kleini, aber dafür auch Feini. So. Swut, swut. Ah, da war er doch gerade. Ich habe doch gerade schon seine... Hä? Wo ist er? Ich habe doch gerade schon seine Arschbombe gehört. Na gut, dann war es wohl doch ein Rückschluss. Rückschluss. Okay, im nächsten Part suchen wir dann den Typen. Und Funky. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.